Hallo! Heute möchten wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unseren Fotowettbewerb für den Monat März 2024 hinweisen. In der Folge Nummer 3 von unserem Podcast Sternenlicht, der Sternwarte St. Andreasberg, wird es unter anderem um den Planeten Merkur gehen, der in diesem März die beste Sichtbarkeit des ganzen Jahres aufweist. In dieser Folge Nummer 3 erzählen wir euch, wie man den Merkur beobachten kann und worauf man dabei unbedingt achten sollte. Wenn ihr es schafft, den Merkur im März 2024, also genau jetzt in diesem Monat, zu fotografieren, dann könnt ihr an unserem Fotowettbewerb teilnehmen, indem ihr uns euer Bild einsendet. Worum geht es bei diesem Fotowettbewerb? Nun, zunächst um die sportliche Herausforderung, den Planeten Merkur erst einmal überhaupt erfolgreich zu fotografieren. Aber natürlich auch um den astrophotografischen Ruhm und die fotografische Ehre. Die eingehenden Bilder werden wir veröffentlichen und eine Jury wird die besten Bilder prämieren. Unter allen eingesendeten Bildern prämieren wir die besten Fotos und die Fotografen erhalten von uns als Dankeschön einen kleinen Sachpreis wie T-Shirts, Eintrittskarten und andere kleine Anerkennung. Wir haben zwei Kategorien, Anfänger und Fortgeschrittene und was genau darunter zu verstehen ist, das erfahrt ihr in der Beschreibung unter der Folge Nummer 3 unseres Podcasts Sternenlicht. Über die Teilnahme von Jugendlichen sowie Schülerinnen und Schülern würden wir uns ganz besonders freuen und vergeben hierfür auch einen zusätzlichen Sonderpreis. Bitte sendet uns pro Person nur ein einziges Foto, also euer bestes Foto zu. Gebt dazu euren Namen, eure Adresse und eure E-Mail-Adresse sowie die wichtigsten Aufnahmedaten an, zum Beispiel den Aufnahmeort, das genaue Aufnahmedatum mit Uhrzeit, der ISO und Belichtungszeit und der von euch verwendeten Technik, wie es unter Astrophotografen so üblich ist. Sendet euer Bild dann an podcast.sternwarte-sankt-andreasberg.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr unter diesem Video sowie in der Beschreibung zur dritten Folge von Sternenlicht. Einsendeschluss ist Sonntag, der 7. April 2024. Wir wünschen euch viel Spaß beim Fotografieren und mit unserem Podcast Clear Skies und Carpenoctum. Eure Sternwarte, St. Andreasberg. Ein Totals stickers, St. Andreasberg. いしょ